Es ging alles so schnell. Es gab eine Sonneneruption. Die ganze Vegetation, Lebensmittel, alles am Ende. Ich hab mich verkrochen. Ich war ängstlicht, auch ganz allein. Doch dann fand ich dich. Ja, was hätten wir gern? Nimm die Ellenbogen vom Tisch. Nimm die Ellenbogenroute vom Tisch. So, jetzt bist du dran. Was ich gerade entwickle, ist aufregend. Ein gigantisches Wagnis. Also, wenn du jetzt sprechen kannst, erzähl mir was über dich. Roboter muss Hund schützen. Wir müssen weg, bevor der Sturm hier ist, sonst sterben wir alle. Sobald du laufen kannst, brechen wir auf. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Das heißt fallen. Eins, zwei. Ab nach Westen, über die Berge. Soll ich lieber fahren? Nicht übersteuern. Das ist übersteuern. Ein kleines bisschen weniger Gas. Perfekt. Hey, was soll der Kraft? Ich lerne die Hundesprache. Ich glaube, es mag mich nicht. Was musst du dir ansehen? Wir müssen die Kippe festzuholen. Halt die irgendwo fest. Sobald wir in die Berge kommen, sind wir wahrscheinlich sicher. Es wird schlimm werden. 65 Grad Hitze, UV-Strahlung und Menschen, die im Dunkeln dauern. Los, fahren! Glaubst du, wir schaffen das? Nicht ohne mein Team. Alles, was wir tun, tun wir gemeinsam. Ich glaube an dich, Finch. Tschö-Bいます. Musik 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 Vielen Dank.